jo wir sind in der bibliothek 1 heißt es so er kann auch geduckt und beim springen werden gull man hier bischer will man wie geil aber Boah, was zum Werfen? Die sind super gefährlich. Jetzt mal grob hier alles einsammeln. Cool. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Shit. Na gut. Das kann man wohl auch nochmal machen. Jetzt auch nicht der Weltuntergang. Oh. Hier geht's nicht weiter. Ach, hier. Stimmt ja. Jetzt sind wir schon bei den Briefen und... ...ne Flasche. Cool. Da war gerade ein... ...böses Viech. Ne, ey. Das nimmt mir auch noch die Plattform weg. Oh. Na gut. Aber die Hauptplattformen bleiben... ...das ist ja schon mal... ...gut zu wissen. In Gelee kann ich mich... ... so dranhängen. Okay. Ach, und auf Grünem kann ich... Oh. Auf Grünem kann ich springen oder von der Seite halt... ... also durch. Wabbel, wabbel. Wabbel, wabbel. Ach, hier kommen wir durch. Ah. Hups. So. Oh. Okay. Bei dem muss ich seitlich rein. Moment. Hier kann ich noch mehr holen. Machen so ein Schlürfgeräusch. Wabbel? Wabbel. Stoppann. Da muss ich mich nur noch hier... ...darren vorbei schwabbeln. W significance. Ich muss schön durch. Oh, ne. Oh, ne, ne. Ich werde hier nicht alle einsammeln. Da habe ich auch gerade nicht so Bock drauf. Stellt euch einfach vor, ich hätte alles eingesammelt. Nee, das mache ich ganz sicher nicht. Nee, nee, nee. Oh! Oh, ein, ein, ein Cookie-Fall. Willkommen. Uiuiui. Uiuiui. Und dann kriege ich auch noch Dark Damage. So, jetzt muss ich einen Moment abwarten. Ja, das Design ist ja schon geil. Ups. Nee. Ein großer Pudding-Dingens. Yo. Ja, das kann ich schlecht einschätzen. Und deswegen. Der Schatten. Der ist ein bisschen damit hatte ich schon immer Probleme. Deswegen deswegen bin ich nicht so gut in 3D-Jump'n'Runs. Das Problem ist, die sind geil. Also Ratchet & Clank, Jack & Dexter. Das ist das Problem. Und Sly. Nicht vergessen. Sly-Vacoon. Und natürlich Medieval und Spyro und so ein Kram, aber das ist ja eher älteres Zeug. Aber ich meine jetzt so die aktuellen auf der Playstation. Naja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.